Pflücksalat im Freiland oder im Frühbeet ansehen. Grundsätzlich könnt ihr Pflücksalat schon Ende Februar im Frühbeet ansehen und Mitte März ins Freiland setzen. Ich habe ihn jetzt erstmal ins Frühbeet gesetzt, wie ihr sehen könnt, und habe ihn auch mal ins Freiland gesetzt, sodass wir jetzt mal Mitte April den Unterschied sehen können, wie sich der Pflücksalat macht. Und wo er besser kommt, ob im Frühbeet oder im Freiland. Für weiteres Wissen lasst ein Abo da auf ZUSCH im Garten. Amen.